Und dann machen wir uns mal daran, Annette und Ada zu verfolgen. Aber da gehe ich jetzt durch die falsche Tür, ne? Jetzt gehe ich doch Richtung Polizeirevier zurück. Das ist doch falsch. Leon, was machst du denn? Andere Richtung. Mann, alles muss man hier selber machen. Furchtbar ist das. Hier muss ich, ne, Quatsch, Blödsinn. Den Fahrstuhl muss ich wieder runter. Jetzt habe ich es. Ich und meinen Orientierungssinn. Wir standen ja immer schon so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern, befürchte ich. Aber wo führt der Aufzug hier dann hin? Das habe ich alles mit Claire schon mal erforscht. Aber glaubt ja nicht, dass ich das noch weiß. Aber wenigstens weiß ich noch, dass ich es mal erforscht habe. Das ist doch schon mal was. Und wir sind in einem Speicherraum. Aber in einem anderen. Und da ist bestimmt was in dieser Tasche hier. Ja, Patronen, die ich nicht brauche. Da ist eine... Uh, das sind Kräuter. Und da ist auch gleich eine Itembox. Das heißt, ich kann die Kräuter erstmal einzeln lassen, ohne mir Sorgen um den Platz zu machen. Wunderbar. Ich werde übrigens direkt im Anschluss an diese Aufnahme. Ich habe nämlich so ein bisschen mehr Zeit heute Nacht. Denn, ich habe ja schon gesagt, Nachtdienst und so. Äh, von daher habe ich heute ein bisschen mehr Zeit. Und werde in Anschluss an diese Resident Evil 2 Aufnahme gleich noch eine Resident Evil 3 Aufnahme machen. Und das Ganze dann auch zu einem Abschluss bringen. Also, wenn ihr jetzt hier diese Folge seht, sind komplett Resident Evil 2 und Resident Evil 3 schon fertig aufgenommen. Das war Blödsinn. Das packe ich hier mit drauf. Und ich bin schon am überlegen, mit welchem Resident Evil Teil ich dann weitermache, obwohl ich eigentlich schon eine Idee habe. Und dann gucken wir mal, was hinter Tür Nummer 1 liegt. Nichts, was mir gefallen würde. Leon hat keine Karte. Wieso hat Leon keine Karte? Was soll dieser Realismus? Das ist ekelhaft. Warum seid ihr hier zu zweit? Das ist ja noch ekelhafter. Gehe ich hier mit einem Schuss? Auf jeden Fall habe ich sie umgeschossen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gleich mal nachladen. Ich glaube, ich habe sie wirklich erwischt. Und den können wir doch umgehen. Sag ich doch, den können wir umgehen. Ach, Scheiße, ey. So, Leon. Mit einer offenen und blutenden Schusswunde wartet er durch das Abwasser. Ich bin sicher, da sind keine Keime in diesem Virus verseuchten Wasser. Was kann da schon schief gehen? Ist ja nicht so, als ob hier irgendwie eine Viruskatastrophe am Gang wäre oder irgendwas. Die Kanalisation ist sauber. Habe ich selber geputzt. Da kann nichts passieren. Oh, ominöse Hintergrundgeräusche jetzt hier. Wo landen wir denn hier jetzt? Wir landen... Oh, das ist der Weg, den Claire in die Kanalisation genommen hat. Hier haben wir gegen DG-Kreatur gekämpft. Und das heißt, wir können jetzt hier hinten rüber wieder ins Polizeipräsidium zurück. Und vor allem jetzt erstmal hier in Chief Irons kleinen Folterkeller. Und können hier eventuell noch Munition oder irgendwas abstauben. Das ist ja schön. Also der Keller hier nicht, aber die Idee, dass wir hier vielleicht noch Munition finden, die ist schön. Formalin, Chloroform und andere Chemikalien. Bah. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, ist die Entscheidung übrigens längst gefallen. Aber ich kann ja an dieser Stelle sagen, dass ich zur Zeit am Überlegen bin, womit ich weitermache, wenn Amnesia, Machine for Pigs, durch ist. Ich bin so ein bisschen an Hadern, ob ich mit Outlast weitermache. Also wieder so einen richtig schönen Horrorschocker. Und zwar so einen richtigen Horrorschocker. Ich gucke nur kurz, ob hier hinten noch irgendwas ist. Oder ob ich mich Beyond Two Souls zuwenden soll, an dem ich auch sehr großes Interesse habe. Das wäre ja mehr so ein Fantasy-Mystery-Adventure-Thriller-Mischmash ist das ja. Die Leute, die Heavy Rain oder Fahrenheit kennen, die wissen so ungefähr, was da zu erwarten ist. Ja, und hier sind wir jetzt im Büro vom Polizeichef. Da sehen wir auch an der Wand, Claire hat die drei Tafeln eingesetzt. Wird hier aber schon alles gelootet haben. Wir brauchen uns hier gar nicht mehr umzusehen. Und können wieder zurück. Hey, Backtracking. Da machen wir ja noch nicht genug von in diversen anderen Projekten. Solltet ihr noch irgendeine Meinung zu der Frage Outlast oder Beyond Two Souls haben, haut es einfach in die Comments. Vielleicht ist das Ganze ja noch relevant. Und ansonsten würde ich trotzdem gerne eure Meinung hören, damit ich weiß, ob ich mich dann richtig entschieden habe. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit andere Projekte vorschlagen, die ich vielleicht mal in Angriff nehmen soll. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ihr akzeptieren könnt, dass das eventuell noch ein Weilchen dauert, bis ich mich dem zuwende. Also ich versuche schon nach Möglichkeit, alles möglich zu machen, was euch eventuell interessieren könnte, was ihr mir vorschlagt. Hatte ich ja damals mit Limbo auch gemacht, da wurde ich ja drum gebeten. Das habe ich ja dann relativ zügig in Angriff genommen. Und also, ich möchte nicht irgendwelche laufenden Projekte abbrechen oder unterbrechen, um irgendwas zwischenzuschieben. Aber wenn ihr irgendwelche Spiele habt, von denen ihr denkt, Mensch, die kannst du doch mal zocken, haut es ruhig in die Comments, schlagt es mir ruhig vor. Aber sofern es, also es kann natürlich sein, dass es ein Spiel ist, das mir überhaupt nicht zusagt oder überhaupt nicht liegt. Aber sofern es irgendwie im Bereich des Machbaren ist, ach ja, hier war ja was, komm weg, werde ich dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt das Ganze in Angriff nehmen. Und der nächstmögliche Zeitpunkt, wie ich eben schon erwähnte, ist ja dann, wenn eines der anderen Projekte ausläuft. Wie gesagt, ich will halt nichts abbrechen, was zurzeit läuft, aber ich bin ja immer schon auf der Suche nach dem nächsten Projekt und bin dafür Input natürlich immer dankbar. Habe ich jetzt so irgendwas eingesammelt? Nee. Dann, hier war noch eine Tür, ne? Hier. Aber die ist abgeschlossen, das ist ja doof. Na gut, dann fahren wir jetzt wieder runter und machen uns endlich an die Verfolgung der beiden Frauen. Ach, der Leon. Immer hinter den Frauen hinterherlaufen. So kennen wir den. Und einmal mehr fällt mir auf, wie dunkel mein Bild hier eigentlich ist, wenn ich das mit der Aufnahme auf dem PC vergleiche, die hier ja auf dem zweiten Monitor direkt neben mir läuft, das ist wirklich wesentlich heller. Ohne diese PC-Aufnahme hätte ich die Lampen in dem einen Raum auch überhaupt nicht entdeckt. Es war wirklich so dunkel, ich habe echt gar nichts gesehen. Und der Ventilator ist an, das ist natürlich blöd für Leon. Es ist jetzt so dunkel, um zu erkennen, was hier liegt. Aber mit dem Feuerzeug können wir uns kein Licht leuchten. Das ist natürlich doof. Aber wir erinnern uns, Ada hat gesagt, hier liegt irgendwas, das Leon einsammeln kann. Also machen wir das einfach mal. Und das ist die Wolfsmedaille. Hey, das brauchen wir ja sogar. Und Leon eilt los, um Ada vor einem großen, leeren Mülldepot zu retten. Denn der Alligator ist ja schon tot. Genauso wie die Spinnen, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich für uns jetzt optimal. Aber hier in diesem Gebiet müssten jetzt wieder Spinnen sein. Und mir ist klar, dass ich die letzten, äh, letzte vierte Stunde oder so nicht wirklich das Gameplay kommentiert habe, sondern irgendwas anderes erzählt habe. Aber mal ganz ehrlich, es ist ja auch nichts passiert. Wir sind Gänge... Widerliches Viehzeug, ey. Okay, wir sind ein paar Gänge langgerannt, haben zwei, drei Items eingesammelt, die nicht plotrelevant waren. Und jetzt sind wir halt wieder auf der Route, die das Spiel für uns vorgesehen hat. Und haben Gott sei Dank den Ventilgriff dabei, den wir ja hier brauchen. Gab es ja auch in Claire's Szenario schon die Geschichte mit der Brücke, die wir uns jetzt hier runterfahren, damit wir da rüber laufen können. Und dann müssen wir die Brücke ja wieder hochfahren, damit wir dann in der nächsten Etage dann da wieder rüber laufen können. Es ist so ein bisschen eine Falle für Leute, die das erste Mal spielen. Die fahren die Brücke runter, rennen weiter, kommen oben an, merken, äh, Mist, Brücke ist noch unten. Und rennen dann wieder zurück und müssen die Brücke dann erst wieder, äh, in die richtige Position bringen. Und das kostet natürlich alles Zeit. Ich meine, wir haben die Zeit, aber, ähm, man will ja das Let's Play nicht in die Länge ziehen. Nicht noch mehr, als ich das sowieso schon tue, zumindest. Und aufwärts. Und ich muss sagen, ich sitze hier ein bisschen unbequem, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. So. Schon besser. Die Beine so ein bisschen entlasten. Bis eben saß ich nämlich hier im Schneidersitz. Jaja. Ich habe hier so ein schönes Sofa, auf das ich mich fletzen kann, während ich aufnehme. Und da kann man schön dann im Schneidersitz auch drauf sitzen. Aber auf Dauer wird das doch etwas unbequem. Und dann marschieren wir hier mal weiter. Durch die nächste Tür. Ah, der Alligator Gang. Das heißt, wir treffen gleich Ada wieder. Und dürften eigentlich keinem Alligator mehr gegenüberstehen jetzt hier. Den haben wir ja als Claire getötet. Und zwar mit einem mächtigen Badabum in Form dieser Gasflasche. Und wie wir sehen, ist hier auch nichts weiter. Außer Ada. Und er schreit einmal, und jetzt muss ich da wirklich erst hinlaufen, bevor die gute Frau reagiert. Mein Gott, Leon, ist für dich mit einer Schusswunde durch dieses berakige Abwasser gelaufen? Zeig doch mal ein bisschen... Leon. ...Dankbarkeit. Hey, da du Idiot. Du hast mich über der Uniform verbunden. ...I just found out. John's dead. What? Und das ist das Erste, was man macht, nachdem man einem Mann eine Schusswunde verbunden hat. Man zwingt ihn, eine Leiter zu klettern. Gerade bei einer Schulterschusswunde ist das ja gang und gäbe, dass man das so macht. Wie gesagt, ich finde es auch geil, dass sie den Verband halt über der Uniform angelegt hat. Ah, schön. Wunderbar. So, wir können jetzt hier zurück und holen uns erstmal die andere Medaille hier oben, die Ada ja nicht mitnehmen wollte. Und können jetzt dann damit natürlich wieder, ach, hier ist ja noch das Dokument, das ich der Vollständigkeit halber mal einsam, ne? Wie gesagt, wir haben das schon mal im Rahmen des Clare-Playthroughs gelesen, deswegen bin ich jetzt da mal einfach so durchgescrollt. Wer es sich dann doch nochmal durchlesen möchte, der kann ja an der Stelle einfach Pause machen. Und das sage ich natürlich jetzt, wo ich schon zwei Bildschirme weiter bin. Was haben wir hier? Ventilgriff aufsetzen und drehen, um die Ventilatorgeschwindigkeit zu regeln. Warum ist der überhaupt wieder an? Wer hat denn den angemacht? Was soll denn das? Das dürfen die doch nicht. Ich habe das nicht genehmigt. Aber ich denke, zu diesem Zeitpunkt können wir davon ausgehen, dass Leon immun gegen den T-Virus ist, denn sonst hätte er sich mit Sicherheit bereits infiziert. Denn wir wissen ja, die Ratten haben den T-Virus über die Kanalisation in die ganze Stadt geschleppt und Leon ist jetzt mit einer offenen Wunde mehrere Minuten durch dieses Abwasser gelaufen. Und wenn er sich den Virus da nicht eingefangen hat, dann kann er sich den Virus nicht einfangen. Es gibt ja Leute, die immun sind, das wissen wir ja. Wissen wir aus diesem Zeitpunkt überhaupt schon? Es gibt auf jeden Fall Leute, die immun sind. Also der T-Virus hat keine hundertprozentige Abdeckung. Natürlich nicht. Das hat, glaube ich, kein Virus.